So, hallo, wir machen weiter bei Tears of the Kingdom. Wir gehen ohne Umschweife direkt in den Schrein rein, den wir beim letzten Mal noch geaktiviert haben. Und dann habe ich gesagt, nee, wir lassen das erstmal. Ich will dich den Part wieder ewig lange werden lassen. Und wir hoffen, dass wir das bei diesem Part hier auch schaffen. Das Let's Play ist blind. Das Let's Play wird nicht weiter geschritten. Rückwärts gewandt, okay. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt. Also rückwärts gewandt könnte zum Beispiel bedeuten, dass ich das Zeitportal nutzen muss. Äh, Zeitportal, also halt die Zeitfunktion. Ja, das ergibt doch schon Sinn hier. Zack, easy. Okay. Oh, das sieht nach einem sehr kurzen Schrein aus. Okay, ich bräuchte vielleicht eine Fackel. Aber ich hätte ja auch Feuerpfeile. Ja, wenn es nur darum geht, habe ich auch Feuerpfeile. Das ist nicht das Problem. Beziehungsweise, wenn ich die so aktivieren kann. Ah, okay, das reicht nicht aus. Interesting. Das reicht auch nicht aus. Schade. Aber er kippt natürlich Sinn. Okay, na gut, dann zünden wir jetzt mal gerade an. Warum nicht? Beziehungsweise, warte mal. Mich würde was interessieren. Ha! Ha! Der sparsame Fuchs. Starker Konstruktbogen. Jawollo. Okay. So. Ja, aber das war jetzt dann nur für die Truhe, ne? Das hat jetzt mit dem eigentlichen Rätsel... Ach so. Ach so, wenn ich hier drüben bin, kann ich nur mit der Zeit zurück, oder was? Okay, das ergibt Sinn. Weil das... Die... Das Wasser zu... Zu crazy ist. So, einmal die Runde rückwärts, bitte. Dankeschön. Hops. So, aber jetzt ist die Frage... Ach, ich muss mit der Fackel das hier anzünden, oder was? Ach so. Deswegen muss ich... Ah, okay. Am Ende muss ich hier einfach nur Feuer machen. Ja, komm. Ja, komm. Da tun wir jetzt mal nicht lange rum. Nein, ich wollte nicht... Ich wollte nicht werfen. So. So. Da muss was rein. Ne Kugel. Die liegt hier. Das macht jetzt hier auf. So. Jetzt merken wir uns, dass das da drin ist. Jetzt war es lang genug offen. Jetzt machen wir hier auf. So. Wir gehen einmal hier durch. Und jetzt schicken wir die Kugel zurück. Erreiche ich die von hier? Ah, perfekt. Easy. Habe ich alle Truhen? Yes. Wunderbar. Gut. Das war sehr schön. Sehr schön die Zeit genutzt. Das war es erst mal, dass man es nutzen musste. Davor habe ich es manchmal gerne genutzt, so zum Tricksen, aber jetzt musste man es nutzen. Okay. So. Prima. Gut. So. Jetzt möchte ich aber, wir haben nämlich letztes Mal, ich meine, ich kann ja hier zu dem Schrein sofort zurückporten. Jetzt möchte ich einmal gerade dieses X mir hier holen. Das ist ja nicht weit weg. Da kommen wir ja relativ schnell hin. Das sollte nicht das Problem sein. Da soll ja angeblich eine Kleidung sein, die mich vor Elektro schützt. Und da sehe ich mich. Na? Da sehe ich mich. So. Ab dafür. So. Gar nicht ablenken lassen von anderen Sachen. In welche Richtung muss ich? Ja, passt. Oh, ich sehe immer noch sogar diese Höhlen-Dinger. Das sieht man wirklich so lange, bis man es in der Höhle betritt oder was. Das ist ja echt interessant. Das würde aber helfen tatsächlich, um dann da hinten diese Höhle zu suchen, wo es hieß, dass da die anderen Forscher sein könnten. Das würde vielleicht sogar wirklich helfen. Bin ich noch richtig? Ja, sehr gut. Oh, ist das vielleicht sogar dort? Bei dieser Höhle des X? Kann das sein? Oh, das könnte verpassen. Das ist die Höhle. Das ist die Höhle. Okay, dann müssen wir da rein. Alles klar. Ja, dann machen wir das doch. Ja, dann machen wir das doch. Dann machen wir erst den Schrein vor der Höhle und dann passt die Geschichte. Ah, hier sind die Zwillingsberge. Cool, die auch mal wieder zu sehen. Cool, die auch mal wieder zu sehen. Ja, hier. Okay. Machen wir erst mal den Schrein und dann machen wir die Zwillingsberge. Äh, die Höhle. Gut. So. Kampftechniken wer... Hä, das hatten wir doch schon. Ach, jetzt muss ich Waffen werfen. Ich weiß doch schon, was ich machen muss. Lass mich in Ruhe. Ich weiß es doch. Ja. Ich hab's längst kapiert. Geh mir einfach nicht auf den Keks, okay? Ja. Wow. Er ist kaputt gegangen. Na gut. Dann hat er aber eh nicht mehr viel ausgehalten. Dann hat er eh nicht mehr viel ausgehalten. Oh, easy. Das war das. Oh mein Gott. Ey, das... Diese Tutorial-Dinger, die dauern länger als alles andere. Das ist echt traurig. Habe ich die alle schon fotografiert? Natürlich. Alles nur voraus mit der Hellebaten, ne? Ja, eigentlich brauche ich gar keine mitnehmen. Aber was soll's. Was soll's? So, hast du was Schönes getroppt? Ah, diesmal ist es unten gelandet. So, Nanium-Schwert. Na, das nehmen wir aber mit. Das nehmen wir aber sowas von mit. So. So. So, Nanium-Lanze. Okay, 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 okay. Äh, 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 äh. Ja, komm, bummerang, tschüss. so habe ich den buchmann fotografiert bevor ich ihn genutzt habe ja okay dann können wir jetzt gerade mal hier zack sachen fotografieren die ich gerade dran habe das hat nicht funktioniert man jetzt aber die lanze scheint er nicht zu wollen okay egal gut so aber das war ein schöner kurzer schrein dann würde ich sagen gehen wir gleich in die höhle und gucken mal ob wir da das kleidungsstück finden was ich suche dann sind ich check es dann sind diese ram das schätze sind diese 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 räume erde diese diese häuser in den höhlen wo ich schon mehrmals jetzt kleidung gefunden habe und mich gefreut habe dann sind das ram das schätze okay und die hatten jetzt einen davon gezeigt ich verstehe ja sehr praktisch da kann man nichts sagen das ist äußerst praktisch dann gehen wir doch direkt in die höhle rein richtig mann richtige waffe dafür ausrüsten denn ich muss bestimmt wieder den weg frei prügeln erstmal pilze mitnehmen ja ich muss mir sogar den weg auf prügeln zack höhle am flöten gras hügel oder muss jetzt aber wieder gut gucken weil bestimmt ist das wieder versteckt und nicht einfach mittendrin geht mir nicht auf die nerven so hier kann ich rein da kann ich rein das ist natürlich quatsch so die sind beide halt die will ich nicht nutzen habe ich kein normales schwert mehr ach komm eine lanze macht es auch nicht auf verarschen hier maxi trüffel chillig oh bruder wir gehen erst mal den anderen weg wir gehen erst mal den anderen weg alles klar nice oh nicht so nice ja das war es dann mit dir okay so wie viele sind jetzt da unten nur die drei ja ja dann ist das ja kein man ich habe keine normale waffe mit der ich kämpfen kann die ich nicht verschwenden will das ist so schlimm da will ich halt erst so nahe dem zeug er kommt dann bauen wir dazu nahe dem zeug ran und dann können wir es nutzen machen wir es so so nee erst muss ich was auf den boden legen ähm guck mal hier betta krieger konstruktoren klingt doch vernünftig ne da ist alpha elite konstruktoren klingt auch nicht schlecht was haben wir noch so ja okay dann waren wir da schon richtig vorhin wo sie sind jetzt hin da nehmen wir so ein ding davon habe ich 22 davon habe ich 22 das passt schon so let's flippen go okay das war jetzt nicht so ganz der plan so aber jetzt haben wir trotzdem nichts womit ich achte ich habe noch ein felsbrochen haben wir die sache aufmachen kann wollte ich sagen aber doch ich habe ja noch was dann habe ich jetzt wieder eingesammelt dass ich nichts tragen kann ach den dämlichen knochen okay jetzt würde mich immer interessieren wenn ich so einen knochen mit einem stein kombiniere das hält doch garantiert nur ganz kurz also das kann doch jetzt nicht lange halten also das kann doch jetzt nicht lange halten so ein knochen stein dings das kann doch echt nicht lange halten so wir müssen jetzt sowohl noch das viege finden als auch den den schatz beides haben wir noch nicht gefunden aber der weg ist ja auch noch nicht zu ende weder die eine noch in die andere richtung hier geht es schon mal weit ach nee oder der rollt einfach steine ist das eine neue art oder hat der einfach noch nie steine gerollt ah das ist tatsächlich ein fels raubschleim okay der produziert die dann moment dann kann ich den überhaupt dann so besiegt wie ich den sonst auch besiege wahrscheinlich nicht dann rüsten wir doch schon mal hier halt Bomben aus Ach jetzt ist er normal oder was ja so bisschen normal ja so bisschen normal ne cool gib mir das erstmal bernstein dann ist sein auge noch runtergerollert bis da runter jo aber der knochen hält tatsächlich länger als ich dachte not bad not bad not bad not bad so ja okay so um in der höhle so ein bisschen bisschen rum zu wüten hat es tatsächlich gereicht so dann jetzt neue waffe ah ich hab da ich hab da ich musste erst eine von unten holen hui hier war doch noch ne genau die kollegin nehmen wir mit so so und dann machen wir gleich eine schöne synthese mit dem stein hier zack oh das war das war ein ordentlicher ein ordentlicher ertrag so so okay kriegen wir das auf oh ne hab ich von dir ein foto schon mal gemacht nein jetzt habe ich eins okay aber wenn sonst nichts hier drin ist und nur der kollege sehr schön dann muss ich ja nur hier einmal mann hier einmal drauf und dann können wir hier den Rest erledigen sehr gut hat sich das doch schon geklärt okay das ding habe ich schon mal fotografiert dafür den gegner nicht aber sein seine essenz na gut reise schild ne sehe ich jetzt nicht so ja da sieht man schon da oben ist dann da oben geht es dann zu zu dem häuschen wo wir hin wollen ja gut dann können wir das jetzt holen dann können wir das jetzt ja holen na na spiel bitte muss ich jetzt ne bombe hoch werfen mein gott werfen wir halt ne bombe hoch so und da ist das häuschen das ist dann ram das schatz okay 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 i see dann haben wir davon tatsächlich interessanterweise schon zwei stück gefunden ohne dass wir es wussten yes die isolier rüstung sehr sehr gut sehr sehr gut großer fan von dem ding sehr schön okay prima dann können wir hier auch schon gehen dann müssen wir jetzt nur noch das den den leucht mit gegner finden das ist ja kein gegner aber na ihr wisst was ich meine dann müssen wir den auch finden und dann haben wir hier eigentlich alles abgeräumt was man abräumen kann sehr cool hui oh so das ist da drüben geht es noch rein äh erstmal truhe soldatenschild haben wir ja eh schon ja dann ist es egal so aber wo ist jetzt der leuchtgegner weil hier geht es nicht mehr weiter hä habe ich den schon ich habe doch jetzt erst die höhle gefunden ne die ist auch nicht abgehakt okay dann habe ich den irgendwo übersehen an irgendeiner decke habe ich den übersehen bestimmt dahinten war ich doch wieder zu schnell war ich wahrscheinlich doch wieder zu schnell oder er ist in dem großen raum wo ich runtergefallen bin oben an der decke das könnte auch sein aber ich gucke jetzt erst hier ich gucke jetzt erst hier weil ich doch da mir ein bisschen schnell vorkam aber hier ist ne hier ist nix na nein nein hier ist nix so und da hinten hier an der decke mal hoch gucken ne oh oder geht es hier noch weiter moment mal ne ne hier geht es nicht weiter oder ne okay dann bleibe ich bei meiner theorie dass es in dem großen gang also in dem wo ich so runtergefallen bin ne wo die skelette dann auch waren dass es da unten irgendwo ist also oben ihr wisst was ich meine oder wir haben halt noch einen weiteren gang übersehen das kann natürlich auch sein hier oben meine ich ne da ist auch nix wir werden schon finden wir werden schon finden so top aber ein anderer weg ist jetzt hier auch nicht ne wenn ich da jetzt noch höher gehe ne ok ach da ist er jawoll dann war er gar nicht so weit äh Schild, äh nicht Schild, Bogen zack ja lol nochmal nachtreten erstmal nochmal nachtreten so ok gut das war eine große Höhle da drüben waren wir drin na ja dann können wir hier raus sehr sehr schön und vor allem war das jetzt wieder eine Höhle die wir ganz unfreiwillig jetzt besucht haben ah weg sind sie die wir ganz unfreiwillig besucht haben äh weil wir den Hinweis bekommen haben sonst wäre ich hier ja gar nicht hingegangen sonst wäre ich hier ja überhaupt nicht hingegangen aber aber wow was war das was war das oha hier sind richtig viele oh guck mal habe ich die schon fotografiert ja ok aber hier sind richtig viele so Dinger auch interessant ok aber sonst ist jetzt naja dummer bochteln interessiert mich nicht wir ziehen weiter beziehungsweise wir ziehen zurück wo war der Schrein wo wir gestartet sind hier da war der Schrein wo wir gestartet sind da geht's weiter da 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 so ja so richtig weit haben wir uns jetzt noch nicht Richtung Eldin begeben das gebe ich zu aber wir haben trotzdem wichtige Sachen erreicht ok ok ich möchte gerne hier über die Brücke und da zu dem ist da drüben der Stall da ist der Stall zu dem Stall möchte ich auf jeden Fall der Stall ist mir sehr wichtig weil ich hoffe dass das der Stall ist wo ich jetzt über diese 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 Dinger aufgeklärt werde ihr wisst was ich meine so ist hier erstmal wieder so eine Krog Brücke kann ich hier irgendwas tun hier ist aber ein Pilz aber Krog technisch ist die Brücke soweit ich das jetzt überblicken konnte tatsächlich nicht weiter relevant gewesen die Hell mit Brücke na gut jetzt regnet es wieder ich kann schon da wir haben es zum Glück nicht weit wir haben es zum Glück nicht weit ist ok soll es halt regnen ich bin so ein Idiot ich bin so ein Idiot natürlich kommt jetzt ein Jäger ja Bananen ja wie viele sind es bitte nur einer aber der ganze Baum ist der Jäger gewesen ok die Waffe stimmt und tschüss ja easy very easy so ja ja aber ich hab nicht dran gedacht aber ist ja nicht weiter schlimm es ist ja gar nichts passiert so jetzt wird mich nur kurz äh nee ich wollte was an ich wollte was wollte ich denn wegwerfen ich hab nichts zum wegwerfen ja wobei ich würde nämlich gerne diesen Felsbrocken hier synthetisieren mit dem Kurzschwert mit dem Kurzschwert ah dann halt nicht ich dachte ich bin ein bisschen schneller mit einem Pferd aber wenn die jetzt nicht wollen oh ich hab doch gesehen da schwimmt was habe ich von euch schon Fotos ja ok Bruder einfach aus dem Leben gezündet so da haben wir doch schon mal was aber da ist niemand ok ist in Ordnung wir begeben uns erstmal wir begeben uns erstmal einfach ohne weitere Umwege bestenfalls zum Stall und wenn ich ohne weitere Umwege sage dann meine ich natürlich dass ich vorher noch in den Brunnen hier steige ach man kennt's Brunnen an der Raurudorfruine oh das habe ich nicht gecheckt das erklärt warum da Bretter liegen äh 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 also dann halt so, ne? äh 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 War das jetzt alles? Sonst ist in der Höhle hier nix. Nicht, dass ich irgendwas übersehe? Na, ist ja auch keine Höhle, ist ja ein Brunnen. Okay, ich glaube, ich habe nix übersehen. Dann war das einfach nur so ein bisschen Bischi-Leuchtkram und Stuff. Okay, ja dann wieder nach oben. Ab nach oben. Oh shit. Ich hatte keine Lust, mich mit euch jetzt hier eigentlich zu beschäftigen. Kommen die jetzt? Nein, gut. Wie gesagt, keine Lust auf die. Ich will einfach nur zum Stall. Einfach nur ohne Umwege zum Stall. Ach, gut. Ich treffe nicht, aber er schon. Ist wunderbar. Ach, noch so ein Exalfosviech. Nein, nein. Ach, komm. Mann, ich verschieße meine Pfeile und er trifft. Das ist so frech. Wunderbar. 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 Ach, das war nur ein Stein. Das sind recht viele Pferde, interessanterweise. Theoretisch müsste in der Nähe von dem Stall doch auch noch ein neuer Schrein sein. Aber wir werden sehen, was hier alles jetzt ist. Das sieht auf jeden Fall nach einem wichtigen und richtigen Stall aus. Ja, da ist der Schrein. Okay. Pass auf. Dann machen wir jetzt folgendes. Ich löse den Schrein noch aus. Ich mache den Schrein vielleicht sogar noch schnell. Und wir kümmern uns dann nächstes Mal um den Stall genauer. Ich denke, das ist jetzt eine ganz gute... Oh, und hier ist direkt eine Fee. Okay. Dann können wir uns jetzt endlich mal auch um eine Fee kümmern. Verlorene Welt, der Koron. Ja, 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 ja. Dann können wir uns jetzt endlich mal um mehr... Warte mal gerade. Kann ich hier gar nicht hoch? Oh, okay. Dann nicht. Gut, wie gesagt, ich löse kurz den Schrein aus. Dann beenden wir den Part. Ich bin wieder vernünftig, wie ich beende den Part rechtzeitig. So ein Ding ist das. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.